Ich bin gern bereit zu arbeiten für den Frieden der Welt, aber nicht zu den Bedingungen des State Department. Wie viel verlangen Sie, klipp und klar? Ich verlange von Ihnen sieben Millionen Dollar, ohne zu handeln. Und Sie wollen das Schiff versenken? Und das Gold auf den Meeresgrund schicken, für alle Zeit. Ich wüsste eine bessere Verwendung, denn das Gold soll uns gehören, Juno Commander. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ich danke Ihnen im Namen meiner Regierung für diese großartige Unterstützung meines Landes. Sie haben mich nicht verstanden, Commander. Ich sage, um uns gehören. Ich meine, so gehören meiner Crew, meinen Männern und mir. Das ist ein Verbrechen! Das ist drauf! Im Namen meiner Regierung werde ich dieses Piratenstück verhindern. Ja, ich weiß, dass ich gut will. Aber ich kann nur gut sein, wenn mir der Partner gefällt. Sie gefallen mir auch. Verdammt sogar. Nein, so dürfen Sie nicht sprechen. Sie machen mich verlegen. Sie wissen nicht, wie schüchtern ich bin. Diese Augen. Diese blauen Augen. Sie wechseln ihre Farbe, wenn ich jemanden mag. Panda Katze, der Tod krabbelt schon auf deiner Haut. Es krabbelt wirklich mächtig und ich bin so kitzlig. Juhu! Goodbye! Ich warte auf Sie! Sehen Sie, Gold ist eben nicht alles. Jedenfalls nicht das, was ich mir wünsche. Wieso nicht? Was wünschen Sie sich noch? Liebe wünsche ich mir und weiter nichts. Davon bekomme ich nie genug. Haben Sie mich nun verstanden, General? Jubel. Nein, nicht. Was wünsche ich mir und mein Bog?